Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier ist unser Short-Video zu der Krankenschwester der Hyo-Sung-Oberschule und Namras Mutter aus All of Us are Dead. In diesem Short beantworten wir zwei Fragen aus den Kommentaren. Fangen wir mit der Krankenschwester Kim Kyung-Mi an. Wieso verwandelt sich diese in einen normalen Zombie, wenn sie doch nach dem Biss keine Angst hatte? Ich hatte ein Video dazu gemacht, warum sich einige Leute in Haibis verwandeln, also Zombies, die ihren Verstand behalten haben. Das werde ich auch nochmal unter dem Video verlinken, zusammen mit der Erklärung des Jonas-Virus. Aber hier ist die kurze Erklärung. Wenn eine Person während der Verwandlung in einen Zombie keine Angst verspürt oder die Angst nicht das stärkste Gefühl ist, verwandelt sich diese Person in einen Haibi. Natürlich spielen da viele Faktoren mit rein, aber im Großen und Ganzen ist das der Grund, weshalb wir mehrere Haibis in der Serie haben. Sehen wir uns die Krankenschwester mal genauer an. Hier wird sie von Honjo gebissen. Danach wird Honjo im Krankenwagen wegtransportiert. Und wie wir hier sehen, ist alles in bester Ordnung. Es vergehen einige Minuten, bevor die Krankenschwester sich hier ans Bett lehnt und zum ersten Mal merkt, dass sie überhaupt gebissen worden ist. Bis dahin war alles okay. Aber nun sieht sie die Verletzung. Sie misst ihre Körpertemperatur und sieht, dass sie viel zu niedrig ist. Der pochende Schmerz in ihren Armen breitet sich aus. Sie gerät in Panik, bekommt Angst und verwandelt sich schlussendlich in einen Zombie und sorgt somit für den Ausbruch des Jonas-Virus in der Hyosan-Oberschule. Interessant ist hier, dass wenn sie keine Angst bekommen hätte, wahrscheinlich zu einem Halbi geworden wäre. Diese Frage kam von Diane Vakentin. So, die nächste Frage dreht sich um Namras Mutter und kommt von Maya Bayer. Ist die Abgeordnete Namras Mutter. Diese hier. Hm, also Namra erzählt, dass ihre Mutter sehr streng war. Und scheinbar kommt Namra aus gutem Hause. Deshalb nahm viele an, die Abgeordnete Bakunsi vom Verteidigungskomitee wäre Namras Mutter. Sie ist eine starke Anführerin und mit dem Herzen am rechten Fleck hat sie eine gewisse Parallele zu Namra selbst. Auch erklärt Bakunsi, dass in so einer brenzligen Situation, in der sie sich befinden, Sanitäter und Politiker gebraucht werden. Es könnte also sein, dass sie ihren Job über ihre Tochter stellt. Nach dem Prinzip, das Leid vieler ist wichtiger als das Leid weniger. Leider bekommen wir in der Serie keine Erklärung. Die Abgeordnete unterhält sich mehrfach mit Soju, dem Vater von Onjo. Aber von einer Tochter oder einem Kind spricht sie niemals. Sie unterstützt zwar Soju bei seiner Flucht, damit dieser seine Tochter Onjo retten kann. Doch ob es damit zu tun hat, dass sie will, dass er ebenfalls ihre Tochter sucht, wird nicht erklärt. Hier kommt es darauf an, wie die Macher sich in der zweiten Staffel entscheiden. Man könnte sie als Namras Mutter darstellen oder halt nicht. Diese Frage kam von Maya Bayer, die ich hiermit nochmal grüße. So, wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie gerne in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.